Easy, Leute. Erstmal wieder erholen. Oh mein Gott, hab ich mich jetzt erschrocken, wenn er wieder da rauskam. Egal, du kriegst doch. Okay, wir gucken, was es noch da hinten gab. OMG, was ist denn los? Ach, da war wahrscheinlich zu. Da will ich eigentlich gar nicht hin. Oh, da ist eine Treppe. Nice. Da ist einer runtergefallen. Wir gucken, ob die Tür überhaupt offen ist. Die ist offen. Aber es ist ein kleiner Raum. Kriegen wir hier Batterien? Digga, wofür machst du so einen Raum, wenn es hier nichts gibt, Alter? Ja, das kannst du ja über der Pfeife rauchen, ja. Nicht mal eine Batterie, Alter. Schmutz einfach, Schmutz. Dann geh mal weiter. Aber bis jetzt geht's noch, also... Bis jetzt geht's noch, Leute. Doch, vorhin. Ah, okay. Das gefällt mir hier nicht. Digga, warum haben die ihn dreimal aufgehängt? Sechsmal. Digga, was ist da los hier? Irgendwas stimmt hier nicht. Auf einmal kommt hier einer rausgesprungen. Nein, danach. Was danach? Vorhin, nachher, danach. Jetzt, gleich. Was ist los, Leute? Einigt euch. Oh, ich hab mich grad so gefreut, aber ich muss doch hier hoch, ne? Ist doch ein schönes Bild. Kann man sich mehrmals aufhängen. Ja, nee. Warum aber? Ich wüsste nicht, warum. Esther. Esther. Esther! Esther Gondales. Ist der DLC von der Geschichte vor dem Haupt... Vor dem Hauptgame. Si, si. Ja, ja, ja. Corrector. Corrector. Ja klar, beim Tisch war es. Was war beim Tisch? Hä? Oh, das ging nach hinten los. So, nochmal. Flettern für Anfänger. So, einmal hoch. Dann geht's hier hoch. Also, bis jetzt, ey. Ohne Scheiß jetzt, ne? Ich glaub, Leute, sagt mal ganz ehrlich eure Meinung. Bis jetzt tue ich mich doch... Ich stelle mich richtig gut an, oder? Ich werde ja schon bald ein Horrorgame-Profi. Findest du nett? Ey, der war grad da, ne? Mach auf. Ne, nix. Ne, 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 ne. Nix demnächst. Ne, 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 ne. Kennst du den an? Ja, kenn ich. Freilich, MC Lord. Wer kennt nicht den an? Nix demnächst. Zweiter Teil. Kann man hier raus? Nein. Ich hab doch grad... Uh, da ist ne Batterie. Ich will die Batterie. Einfach der Profi, Digga. 43. Weißt du, was schön wär? Wenn's wirklich so stimmen würde. Also, weil wir die Batterie wollen, gehen wir natürlich auch zurück und holen uns die. Ja, MC Lord. MC Lord. Ich kann kein Russisch. Kennst du Simpsons? Wer kennt das jetzt nicht, der Bruder? Oh, der kommt wieder. Er kommt wieder. Er kommt wieder. Er kommt wieder, Leute. Hört ihr das? Oh mein Gott. Kerambit. Danke für deinen Follower, mein Freund. Mach es dir bequem. Setz dich hin. Ich hoffe, es geht dir gut. Und vergiss dein Popporn nicht. Ich geh mal erstmal hier. Sehr gut. Hast du Geschwister? Na klar. Hab ich. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Okay. Gucken, was es hier so gibt, Leute. Kennst du Outlast? Ne, hab ich noch nie gehört, Bruder. Was ist das? Kenn ich nicht mehr. Als ob einer outplay like a boss. Nein. Ich sollte sowas nicht mehr sagen. Ich sollte sowas nicht mehr sagen. Oh. Dahinter. Schneller. Ja, ich bin langsam. Erstmal die Türzeit zumachen hier. Dafür sollte man definitiv Zeit haben. Schneller, Habibo. Ja, ich bin doch dran. Habibo. Habibi, ich bin doch dran. Jalla. Heiz zum Maul, Alter. Es schreckt mir noch einmal so. Ich kann mich gleich kotzen hier. Die erschrecken mich gerade in einer Tour. Dreh das Gas am Luftschleute. Äh, ja, ja, ja. Gras. Hab ich da gerade Gas gehört? Oh, das nehmen wir mit. Ekelhaft. Ey, wieso ekelhaft? Oh. Hallo. Hallo. Mein Gott. Ey, ist das nicht der Kumpel aus dem Gefängnis? Das ist doch der. Ey, ich kenn dich, Mann. Also, wir kennen uns noch nicht, aber ich war schon mal bei dir. Im letzten Teil. Hello, girl. Wir kennen uns. Der war schon mal im letzten Teil da. Der hat seinen Kopf immer so, weißt du? Ich schwöre. Ich kenn ihn. Kann ich nicht aufmachen und dann fällt er um? Ne, ne? Schade. Das gefällt mir nicht. Das sieht mir gerade nach Rennen aus. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Uh, uh. Guten Tag. Was ist das? Ich weiß es nicht. Das blaues Licht. Was meinst du? Ich hab jetzt nichts gesehen. Gibt's hier eine Batterie, Alter? Da gibt's einen Schacht. Dieser Schachtkletterer, Alter. Ich will doch nur eine fucking Batterie, Alter. Lasst mich doch mal in Ruhe, Alter. Eigentlich will ich dahinter nicht. Komm, halt. Ja, okay. Ja, ja. Passt schon. Nein. Falscher Raum. Ach, der kotzt mich jetzt schon an, ey. Ach so, ich muss ihn irgendwie hier... Ah. Mhm. Ja, ja. Wir müssen mal kurz warten, bis der kommt. Also, Leute. Ich will jetzt wissen und MC Lord, habt ihr das Spiel schon gespielt oder seid ihr nur Zuschauer und freut euch, wenn der Streamer sich erschreckt. Ich will es wissen, Lul. Ah, da, Poruski. Ah, da, Poruski. Poruski. Wo ist denn jetzt hin? Der Idiot. Jetzt hab ich Angst, hab... Gibt's hier mal eine fucking Batterie, Alter? Oh, komm, halt. Wer freut sich denn, wenn das Streamer sich ersch... Wer freut sich denn, wenn das... Ich weiß nicht, Esther. Es gibt Leute, die feiern das, wenn der Streamer sich quasi... Ich hab's gewusst! Ja, mach halt noch langsamer die Tür auf. Ja, wir haben ja Zeit, Kollege. Kollegah. Das war so klar, ich hab's grad aussprechen wollen. Das wäre doch jetzt ganz komisch, wenn ich runterfallen würde. Aber bis jetzt ist es eigentlich echt lame, muss ich sagen. Kein Erschrecken, kein gar nichts. Ah, nice. Hab Spiel, DLC, aber bisher nur Hauptspiel gespielt. Echt? Ich hab Geschwister, MC Lord. Geh mal hier rein, ja? Da ist zu. Riot 40. Okay, planst du dann, das auch noch zu spielen ist? Digga, was ist denn da? Ich hab nichts gesehen. Abschließen, Leute. Hast du Haustür? Nein, Bruder. Nein, aber warum fragst du so viel? Also. Kennst du Simpsons? Kennst du das? Kennst du das? Neugierig, 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 wahr? Der ist, der ist mit seinem Leben nicht mehr zufrieden. Was für ein Verkauf, Alter, ich hau dir die Fresse ein. Das sieht nicht gut aus. Das ist das Spiel, was ich kenne. Okay. 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 Ey, der Kerl, der geht mir auf den Sack. Ja, ich brauche mich auch auf meinen Urlaub, Riot 40. Also verstehe ich voll, ey. Urlaub wäre mal wieder geil, ey. Ich habe auch nicht mehr lange und dann geht es endlich mal in den wohlverdienten Urlaub. Also ich fühle mit dir. Also leck mich jetzt am Arsch, Alter. Von welcher Seite kommt er? Ich habe die Tür zugemacht. Was willst du machen? Kannst gar nichts mehr machen. I run from us. Was? Boah, wo kommst du jetzt her? Bruder, was ist denn da jetzt los? Haben wir hier ein Labyrinth oder was? Ey, Digga, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Hast du Kinder? Nein, Mann. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Dass Corona endlich rum ist. Was mache ich jetzt? Guck, guck. What the fuck? Ich weiß auch nicht, Esther. Was meinst denn du? Ich habe eigentlich keine... Ich habe eigentlich keine so Weihnachtswünsche, wenn ich ehrlich bin. Weißt du? Ich bin, was das ange... Digga, der hat die Tür eingeräumt. Ich habe jetzt halt aber nicht gewusst, wohin, Alter. Du Hund, Alter. Der geht mir jetzt schon auf den Sack. Du Hund. Alter, der geht mir jetzt echt tierisch auf den Sack. Da muss ich dir jetzt ganz ehrlich gestehen. Das geht nicht. Das geht nicht. War ja klar. Halt zum Maul. Erstmal warten hier. Aber wo müssen wir jetzt hin eigentlich? Da kommen wir doch her, oder? Was machst du beruflich? Boah. Nur, dass er weiß... Nur, dass es weiß, es wird noch schlimmer. Halt auf, Rasseparty. Halt auf. Ich will das, ich will, ich will... Kann ich mal... Ich verstehe nicht... Ich verstehe nicht, wohin jetzt? Habt ihr was übersehen? Habe ich was übersehen? Interessant. Ich will essen, Null. Ich will essen, Null. Ah, du kommst von... TikTok. Leg dich ins Bett. Du musst dich von ihm nehmen lassen. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder, Leute. Ach man, meine Batterie geht... Sack, Daddy. Ich bin brave. Chock me, Daddy. Würde jetzt der... Unser Kumpel, äh... Hier sagen. Ich glaube, der ist im Sack. Chock me, Daddy. What are you doing, Stepbro? Was machst du beruflich? Dinger, woher weißt du, dass ich da unten bin? Zweiter Versuch. Ich kann dich riechen. Ja, ich scheiß dich gleich an, Alter. Ja, jetzt bin er nämlich auf einmal nicht, hä? Warum hat er mich vor... Crimson, beruflich Eierschaukeln. Ja. Ich bin beruflicher Eierschaukler. Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss. Ich weiß halt nicht, wohin, ne? Versteht ihr es nicht, Leute? Was habe ich übersehen? Könnt ihr mir helfen? So dumm einfach. So einfach gewesen. So einfach. Die armen Eier. Echt so? Nee. Was nee? So einfach? Ey, das war so einfach, ne? Die armen... Warum nee ist da? Ganz ehrlich, das war jetzt richtig los. Ah! Ventil. Wieso bist du nicht blond? Wie blond? Ich habe blaue Augen, das langt schon. Kann ich jetzt hier rein? Wir können dir nicht helfen. Warum kannst du das nicht? Eigentlich will ich da nicht durch, bro. Eigentlich will ich da nicht durch. Eigentlich will ich da nicht durch. Mr. Tequila? Jinger Bills! Jinger Bills, Alter. Jop! Jo, 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 jo. Run! So, jaller Abfahrt, komm. Merh auf. Pr provide that. Und dann würde das blond und blau... Ich... Was ist denn das für ein Satz? Hä, wieso? Oh, Batterie. Gönne ich mir. Easy. Dass du gerade so treu Doof in der Gegend rumgelaufen bist Und nicht wusstest, wohin Ich wusste halt echt nicht, wohin Oh, ich spiele das erste Mal Dieses Spiel, Leute Ich stelle mich nicht dumm an Ich bin es manchmal Bin ich offen und ehrlich mit euch Waren wir hier schon mal? Puh Oh Ich glaube, dem geht es nicht gut Den lassen wir mal allein, wir benutzen diese Toilette hier Weißt du, was mich wundert? Ja, weißt du, was mich wundert? Aber wirklich, jetzt Dass Awesome nicht da ist Das wundert mich grad tierisch Misha, morin Crimson Was machen Sachen, wie geht's dir? Hallöchen, Misha, schön, dass du da bist Wir spielen Gerade der Whistleblower von Outlast und DLC Und haben Spaß Mich auch und Down auch Down ist auch nicht da Oh, jetzt hat er gespeichert Also, ich bin grad echt verwundert Ich hoffe, es geht dir gut, Misha Und viel Spaß beim Lachen Weil ich zock ab und zu mal Aber nur ab und zu mal Wie, ich bin jetzt draußen? Das war's schon? Ist das Spiel schon vorbei? Ja, la, Abfahrt Oh, da kann man halt echt raus Bin ich denn hier? Da war doch rechts jemand Ich hab doch rennen gehört Jemanden hier Ich hab da grad jemanden rennen gehört Ey, ich hab, ich hasse es Wenn's irgendwo außen ist Da hab ich safe jemanden gehört, Mann Was war das jetzt? Was war das jetzt? Hä, was war das jetzt? Wie krieg ich mich hier hinten irgendwo? Hä, was war das jetzt? Danke dir, wird immer besser bei mir Ja, Gott sei Dank, mein Misha Freut mich sehr Zitter nicht Was war das jetzt? Warum? Was war das jetzt, Leute? Ich hab das vorhin nicht gecheckt grad Zitter nicht Ausgerutscht Dachte, keine Ahnung Irgendwann Geh halt durch, Alter Was stellst du dich jetzt so an? Das hat sich nicht Da ist er Ich hab ihn gesehen Ganz schnell, Leute Ganz schnell Oh mein Gott, Alter Ich bin ausgerutscht Hier waren wir doch schon mal Irgendwie in dem letzten Part Kann das sein? Ui Ui Dev Ui Und ist das DC Ja, es ist echt geil Also der Anfang hat mir echt gefallen Also ich find's schade Dass sie nicht mehr davon gegeben haben Wo noch alles normal war Also es hätte mich Mehr interessiert Wahrscheinlich Mal halt, wenn er die Tür ganz auf Achso Prison Block Die haben noch einen Prison Block, Alter Das war, dass er sein Bein verletzt hat Ah, okay Okay Okay, danke, Roster Party Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Hallo? Was ist denn jetzt hier? Kann ich hier irgendwo hoch? Ich halt mal Wache Ich geh jetzt eigentlich ein Portal durch Hä, wo muss ich jetzt hin, Leute? Habe ich was übersehen? Bin ich schon wieder lost oder? Oder bin ich lost? Ah, da hoch kann man bestimmt irgendwie, ne? Das sieht sehr interessant aus für mich Ich schau nochmal kurz Ob ich was übersehen hab, aber Ich glaube nicht Wahrscheinlich, oder? Nee Wäre eine gute Idee gewesen, Dev Aber nein, kannst du nicht? Ja, okay, dann geh ich zurück Ja, ich hab's mir schon fast gedacht Dass ich zurück muss Ähm Aber ich hab gehofft Ich muss nicht zurück Was ist denn da los? Leute, spiel Basketball Null Was ist los mit dem, Alter? Oh, da kann man durch Oh, der hat mir die Tür aufgemacht Oh, wir machen natürlich zu Keiner kommt hier durch Außer Crimson Oh, ich geh lieber wieder Schlechtes Gefühl bei der Saar hier Das war nix Ah, da kann man durch Ich muss save hier Aber ich geh hier Hm, man hätt's ja versuchen können Okay Lost Also bis jetzt find ich das Spiel echt ganz gut, ne? Muss ich schon sagen Also, es sind noch nicht so viele Momente Wo man sagt Okay, da ist Erschrickst du? Und immer wenn ich das sage Passiert irgendwas Ohne Witz jetzt Ohne Witz Dein Freund Ja, das war mein Kumpel Den kenn ich seit der dritten Klasse, Mann Ah, Treppe Hinter Gittern Ja, Walla Krise Geil, keine Chance einfach Ist so Walla Krise Dann gehen wir durch, oder? Boah, das Spiel ist so heftig Einfach jetzt ohne Witz Irgendwas kommt noch Ich hab Gefühl Irgendwelche Nicht schon wieder die, Leute Hey, ich wurde nicht Jebedet Wo wurde ich jebedet, Mann? Nee Der war nicht nackt Aber ich wurde nicht jebedet Aber die zwei Kerle kennen wir schon Auf die hab ich jetzt schon keinen Bock Man konnte ihn Hauptstory auch nackt sehen Ja, eben Also ich kenn die ja schon in der Haupt Oh Der war zu schwach, Leute Er hat sich nicht mehr heben können Aber ich hab echt keinen Bock Auf die zwei Wenn ich ehrlich bin Oh, da sind sie ja Stop Und jetzt fangen sie wieder an zu jagen, ne? Die Hunde, ey Nee, nee Lul Da gehen wir wieder einfach Digga, halt zum Haul, Alter Komm halt Komm halt Was für Spielverderber Was für Spielverderber Was ist denn so blöd, ey? Hä? Halt's ab, Alter Komm halt her Komm halt Komm Komm halt Jetzt traust dich nicht mehr, ne? Nur mit deinen Freunden, Alter Komm halt Oh, da kommen die Kumpels Ich geh wieder Halt's Maul, Alter Ihr seid mit mir eingesperrt Nicht mit Ich mit euch Er hat keinen Snickers gegessen Mindestens das, Leute Oh, sehr schön Hier kann ja nichts Böses mehr sein, oder? Na klar Ist ja zu Wär's auch zu einfach Guten Abend Ihr Schnuckelhasen Hey Back to Addys Schön, dass du uns beerst Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Abend Toll, dass du reinschaust Genieß die Show Wie, das war's jetzt? Ach nee, da geht's ja weiter Toll, dass du da bist, Back to Addys Ich hoffe, dir geht's gut Oh mein Gott 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 Nam, ihr Lieben Patrick Hey, cool, dass du auch vorbeischaust Hey, wie geht's dir, Mann? Schön, dass du da bist Gehen wir erstmal hierhin Da ist zu Da geht's hoch Schauen wir, was da drin ist Und wo geht das Kabel hin, frage ich mich? Das ist wohl Fake hier alles Fake News alles Patrick, wie geht's dir, Mann? Schön, dass du da bist Kotze mich jetzt Wer war das? Esa Reiß dich zusammen Reiß dich zusammen, Fräulein Aber das ist es nicht Ja, aha Hör auf Frech Wo bin ich frech? Es ist voll normal, ey Ganz ehrlich Scheißt du nicht, oder was? Jetzt mal ganz ehrlich Es sind voll normale Sachen, ey Manche machen es halt Off-Stream Und ich halt On-Stream Das sieht nicht gut aus, Leute Das sieht nicht gut aus, Leute Aber nice Animation, by the way Wir gehen Mal da auf Okay, ich gehe wieder weiter Okay King of Oh, da war was jetzt nicht ganz Da war wahrscheinlich ein Link hinter deinem Sternchen Kann das sein? Der und sein Ding, ey Ja, wahrscheinlich, ey Mein Gott, ey Wer war denn das jetzt? Dark Aufhören Wir haben kein DBD grad Oh Gott, ey Dieses Spiel ist so ein Nervenaufrag Wieso kann ich jetzt hier nicht rein? Ja, was soll ich sonst denn, Bruder? Hä? Das musst du tatsächlich einem Ähm Ah Wenn du einen Clip posten möchtest Ester Goller, danke nochmal Schick's doch bitte mal schnell Moderator oder so Am besten Cobra Drunken Cobra, ja Wir lassen hier keine Clip Oder halt keine Links zu Weil ich ja nicht weiß Was ihr alles postet Und da haben wir schon mal So ein paar Links bekommen Die nicht ganz koscher waren Weißt du? Oder den Dennis Hellfire Schick doch mal dem Dennis Hellfire Bitte den Link Oder dem Drunken Cobra Die können das Post Oder eben im Discord Bescheid sagen Die wissen Bescheid